ja 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 main und willkommen bei einer mal wieder rundigen runde Rundige Runde Equus auf dem Play.CubeCraft da war CubeCraft.net, steht ja unten sogar rechts, unten rechts auf dem Scoreboard unter mir hier da steht sogar die IP so, für Leute, die das nicht kennen seid ihr doof du kannst dir ganz normal für ja, wie ihr seht, auch für Eisen Sachen kaufen, aber auch für Gold die Schwerter und so und den heißen Shit gibt es natürlich in der Mitte das sind Diamanten ist das eine Art Bedwars mit Sammeln von Sachen, ich habe hier unten auch einen Diamanten Spawner, den muss ich aber aktivieren mit 5 Diamanten aus der Mitte, dann habe ich meine eigenen Base ein, ich kann die glaube ich sogar upgraden, dass sie sogar wie viel brauche ich Gold, dass sie schneller sind aber okay, so erstmal brauchen wir ja, war das hier nicht, ne, okay okay, 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 ich habe mich geirrt erstmal brauche ich mir die billige Lederrüstung irgendwas braucht man ja wie gesagt, das ist eine Art Bedwars es gibt ein Ei, das ist da vorne das musst du beschützen verteidigen mit deinem verdammten Leben man guck mir mal eine Eisenspitzacke, das hier ist übrigens ein 1.9 Server, wollte ich Dubai erwähnt haben bevor Leute fragen und meckern es ist 1.9, ja aber bitte steinig mich nicht bitte, bitte, ich bin ein netter Boy was hole ich mir jetzt für eine Waffe ich überlege, ob ich eine Axt tun soll äh, oder eine Axt ist halt stärker, also deutlich ich hole mir mal eben ich hole mir mal aus Just for Fun wir sind hier lustig drauf wir sind richtig funny und fresh seid doch ihr funny und fresh dann schreibt es doch in die Kommentare okay, okay, okay ist da die Mitte? ne, die Mitte wo ist denn die Mitte? ist das die Mitte? ich geh mal zu dem Kollegen ich geh mal zu irgendeinem Kollegen muss ja deren Ei abbauen ähm, das schaffen wir aber wir sind ja voll Profis ich hab kein Texture Pack drin da war 1.9 da hab ich jetzt kein Texture Pack drin äh ich bin alt ich bin uralt verdammt alt wenn auch ihr alt seid dann schreibt es doch einfach in die Kommentare okay, okay ich glaub mir mal sein Gold hi, wo bist du? ciao welche Farbe war das hier? ich hab keine Ahnung ich glaub die ist aber hier da müsste der Typ sein hi bam bam ist er tot? ich hab ihn gekillt ist er ganz weg? ne, orange war die andere Farbe wenn ich wüsste wo orange jetzt ist das ist gelb wo ist der orange? wo ich sein Ei geholt hab? den seh ich nicht das irritiert mich komm her ich seh den nicht versteckt sich bestimmt irgendwo und er wird gewalttätig sein komm 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 ich hol mir nein ich hab ihn noch gekillt aber gefailt gefailt sehr hart gefailt ich hätte einfach die Dears safen sollen das wär cleverer gewesen weitaus cleverer einfach die Diamanten safen warum funktioniert meine ah egal meine zweite hat grad nicht funktioniert deswegen da ist wow ist das dein fucking ernst alter das fällt dir von alleine runter gibt ja nicht mal Kills für mich ganz ganz schlecht ganz schlecht also das ist ein Dislike ne ah man da hol ich mir echt sein Ding hier sein Bett und dann fällt dir von alleine das macht mich wieder ein bisschen emotional aufgewühlt ich brauch aber noch Essen ich hol mir mal Karotten warum nicht leben wir mal hier gesund ich hol mir jetzt ein Eisenschwert gleich Strategiewechsel Eisenschwert schneller schlagen ne ah man das blöde ist bei 1.9 bringen wir in den ganzen Hacks nicht ne kann ja gar nicht schnell klicken voll nervig ah ich verklicke mich immer ich bin alt das muss ich immer wieder jetzt betonen äh früher war Minecraft noch viel besser damals kalten Minecraft Krieg aber jetzt komme ich mit meinem Eisenschwert hier 1.9 Action bam 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 ja habt ihr gesehen er wollte noch sich was reinschaufeln so einen richtig schönen dicken Apfel ne hab ich nicht zugelassen ich hab ihn einfach geschlagen man so wie damals die Leute die mich geschlagen haben ähm darf ich mich nicht hochbauen danke so auch ab okay einen haben wir einen haben wir einen haben wir oh war das knapp kommt der andere da ich wollte mich verarschen das ist Solo und er fällt von alleine und er fällt von alleine ja ich muss mir unbedingt sein Ei holen ja komm her komm her Mann das war's mit dir das war's mit dir ah wie die einfach Team unglaublich unglaublich einfach direkt ne Runde Egg Ross hier Solo und ich hab einfach Teams als Gegner das ist echt my life Alter das passiert mir immer Alter spiel mal mehr Gommel da lernst du so da lernst du wie das geht Junge spiel mal mehr Gommel er ist so ein Trottel er ist so ein Trottel und ich hab sein Ei und ich hab einfach sein Ei ja spring einfach damit ich den Kill nicht bekomme ich hab drei drei Eier geholt und hab vielleicht hab ein Kill gemacht weil entweder ist der andere einfach runtergefallen der andere spielt von Leine in den Tod so Moment mal Pfeile musste man sich manuell kaufen ne ja manuell und Schwerter und eine Axt aber die ist doch genauso gut ich finde eine Diamantachse ist doch so gut wie eine Steinachse warum sollte ich dann Geld für eine Diamantachse ausgeben oder denke ich hier falsch oder denke ich richtig in der 1.9 ist doch so dass es doch einfach gleichwertig ist oder oder irgendwie hab ich einen Denkfehler ich hab glaube ich einen Denkfehler oder ich denke fehlerhaft Dias okay damit haben wir schon mal das Schwert damit haben wir schon mal ein Dias Schwert noch mal hin etwas er hat einen Bogen gehabt habe ich gehört aufpassen dass er mich nicht runtergeschubst ich will nur sein Ei haben ich will nur sein Ei einmal anfassen einfach nur einmal sein Ei berühren klingt das komisch viel kostet oh 10 Dias für eine mega gute Spitzsacke was konnte ich für Gold kaufen Kette ja irgendwas muss ich mir ja mal gönnen im Leben so mal ein bisschen besser wobei ich hätte mir lieber den Kettenhelm holen sollen weil die Kettenschuhe sind so gut wie Lederschuhe das war doof das war wieder doof an immer passiert mir Fehler Leute müssen echt denke ich bin scheiße muss unbedingt noch Essen holen das Ding ist wie komme ich jetzt am besten zu einer anderen Farbe ohne zu sterben weil die werden da ja jetzt alle auf Alarmbereitschaft sein wollen mich ja nicht zu sich lassen komm ein Gold danke jetzt holen wir uns aber jetzt holen wir uns aber hat sogar angezeigt den Kettenhelm danke Komplettkette schön haben die noch alle ihre Eier haben die noch alle ihre dicken Eier ich igel gleich davon nein natürlich nicht ich frage mich ob die das hier kennen igeln auf anderen Servern so auf Bad Wars ist das hier mittlerweile normal alter das würde mich interessieren aber 1,9 ist ja eh kubisch oh der Typ hat einen Bohr oh oh shit oh shit oh shit ja hab ich ihn noch erwischt hab ich ihn noch einen hit gegeben oder ist er auch wieder einfach irgendwie sind auf dem Server richtige Arschlöcher die springen einfach immer runter und wollen einem den König gönnen das finde ich gerade voll gemein die leben noch wo sind die denn die noch leben einer hat sich da voll eingebaut achievement gained ich hab irgendwas gegaint okay einer hat sich da richtig verschanzt ja ich geh mal gucken irgendwas muss ich da tun weißt du denn dass ich komm oh man ich hab keine Dings mehr gehabt keine Blöcke okay okay stop wir holen uns jetzt richtig schön sticks richtig dicke sticks dann richtig schön dicke blöcke perfekt perfekt und jetzt wieder hin da okay okay wir sind ready to rumble hi nur dein Bett äh nur dein hast du echt toll eingebaut ne respekt hat richtig was gebracht und du bist tot wow richtig impressed man der typ da hinten drauf der hat full iron hab ich das richtig gesehen dass er eine komplette eisenrüstung hat und ein dia schwert und es lebt nur noch er und ich durch dieser overpowered typ damn it okay 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 hab ich genug nee geh doch runter ich würde mir einen normalen bogen kaufen yeah damn it ich würde mir einfach einen normalen besser als es gar keinen bogen so hä okay was machen wir jetzt ja das war irgendwie doof man genau als ich den bogen rausgeholt hab hat er sich umgedreht voll awkward wusste er dass ich einen bogen geladen hab vielleicht der mate der hier spectated so richtig gemein neue pfeile aua wir sind komme wir wissen wie das hier funktioniert ey ja ja damit bist du weg junge damit bist du einfach tot alles verloren das alles was du bis hierhin gefahrent hast gerade verloren wird mir an seiner stelle stinken wo ist dann pink ist hier zufällig pink hallo da ist er pink da ist er ja da ist er ja einfach einfach noch einen bogen einfach noch einen bogen will er mich gerade trollen alter der junge hat einfach noch einen bogen was jetzt wie können wir ihn jetzt töten ohne dass er uns runterschubst oh man mein leben generiert dafür gut weil 1 9 meine maus verzieht sich gerade so das haben alle gesehen und das war's mit dir oder mit mir oder mit mir oder mit ja shit Junge ich muss ohne das Leben regenerieren na so schnell abbauen wenn ich Obsidian damit überhaupt abbauen kann ich hoffe es komm 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 100 jahre später alter wie er sich wieder einen bogen geholt hat also langsam schau hat er hier eine dia oh 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 er ist geliebt das war eine Runde Egg Wars wenn ihr mal mehr Egg Wars sehen wollt lasst gerne den Like da und eine Bewertung bei alter bei 2000 Likes kommt morgen noch eine Folge Egg Wars versprochen okay nein würde doch kommen aber das habe ich nur aus Spaß gesagt aber würde trotzdem kommen es ist jetzt so eine Reception ich habe es aus Spaß gesagt so aus Fun aber wenn ihr das jetzt doch erreichen würdet dann würde ich mich schlecht fühlen weil ich es aus Spaß gesagt habe dann würde ich dann trotzdem eine Folge bringen so perfekt danke danke Ja, danke.